Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge vom neuen Josia-Podcast. Mein Name ist Sammy, ich bin verlobt und deswegen interessiert mich das heutige Thema selbst sehr. Und das heutige Thema wird sein, warum ist Sex vor der Ehe so gefährlich? Ich werde mit Ludwig einige Fragen durchgehen, unter anderem, ab wann fängt Sex denn eigentlich an? Was zählt schon zur Sexualität dazu? Warum ist Sex vor der Ehe denn so gefährlich? Und wie können wir uns irgendwie schützen davor, zu früh miteinander zu schlafen? Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Ich möchte direkt mit der ersten Frage anfangen und zwar mit der, die auch unseren Podcast benannt hat. Ludwig, warum ist Sex vor der Ehe so gefährlich? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, ich glaube, man könnte sagen, weil die Verhütungsmethoden einfach nicht so vollkommen sind. Und es könnte zur Schwangerschaft kommen, oder? Und klar, das passiert natürlich nicht und das ist natürlich kaum denkbar. Aber es kann passieren und man weiß ja nicht, was ist, aber man riskiert eine Abtreibung. Und wenn es nicht abgetrieben wird, das Kind, dann riskiert man eine überstürzte Heirat. Und wenn keine Heirat kommt, dann wird das Kind in den meisten Fällen vaterlos aufwachsen. Das ist vielleicht nicht die Antwort, mit der man jetzt anfangen würde, aber ja, gehört auch mit dazu, oder? Die Antwort, mit der ich anfangen würde, wäre wohl eher, Gott hat gesagt, dass Sex in die Ehe gehört. Das ist ziemlich deutlich in der Bibel. Und deshalb ist es eine Sache vom Vertrauen. Und wenn ich Gott nicht vertraue und das einfach so annehme, dann ist es immer gefährlich. Aber wenn ich mich auf den Weg des Ungehorsams begebe, ist es immer gefährlich. Also das müsste eigentlich schon reichen. Vertraust du Gott und vertraust du, dass Gott dich segnen will? Und das ist jetzt der Punkt. Wenn man unverheiratet ist und voller sexuellem Verlang, dann was will man dann? Man will ja nicht lieben oder geliebt werden. Man will Befriedigung. Das ist, was man sich von Sexualität wünscht. Und man hat so wenig Vorstellung davon, von dem, was Gott einem eigentlich damit schenken will. Gott will einem einen riesengroßen Segen dafür schenken. Die Sexualität ist ein Segenskanal Gottes für die Ehe. Und wenn ich mir sozusagen das vor der Zeit eigenmächtig nehme, dann beraube ich mich selber des Segens. Und das ist, man könnte sagen, ist vielleicht nicht gefährlich, aber wenn ich mich Gottes Segens beraube, ist es immer schlecht. Und vielleicht noch eine Sache dazu. Wenn man mit jemandem Sex hat, das verändert nicht bloß einen selbst, nicht bloß den anderen, sondern beide. Also es passiert da was mit beiden. Es wird eine besondere, tiefe, emotionale Bindung, körperliche Bindung aufgebaut. Und das ist ja das Geniale, das hat Gott ja da hineingelegt. Das heißt, Mann und Frau, die verheiratet sind, für die ist Sexualität das Siegel ihrer Ehe, ihres Ehebundes, das Zeichen dafür. Etwas, was ihre Bindung immer mehr verstärkt. Man hat immer regelmäßig Sexualität und das wird immer mehr verstärkt. Man wird gegenseitig zum Segenskanal von Gott, gibt durch diesen Kanal Lebenskraft und Heilungskraft für die Ehe. Das ist eine wunderbare Sache. Die Verbindung wird immer tiefer. Wenn aber jetzt ein Mann und eine Frau Sexualität haben, die gar nicht verheiratet sind und wahrscheinlich auch nicht sein werden, dann entsteht dann trotzdem eine Bindung. Und diese Bindung, das ist das Gefährliche. Da ist es meistens so, dass dann Belastung, dass man dann dadurch belastet ist, dass die Sexualität, die spätere, dann auch in der Ehe dadurch belastet ist. Ja, das kann ich verstehen. Und gerade bei Leuten, die noch nicht verheiratet sind, wird das dann ja wirklich auch Probleme mit sich bringen. Aber bei mir ist ein anderer Fall. Ich bin verlobt und ich bin mir mega sicher, dass ich sie heiraten werde. Dürfen wir nicht schon miteinander schlafen oder ist das einfach nicht so schlimm? Genau, das ist ja dann immer so die Sache. Man sagt, ja, wir wollen doch sowieso heiraten und wir gehören zusammen. Und dann ist es doch jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben es ja auch probiert, aber dann ist es doch passiert. Und ja, komm, hey, wir sind doch eh verlobt. Auch da gelten die Punkte, die ich gerade gesagt habe. Man beraubt sich des Segens. Und so wie es ist, dass wenn Leute Sex haben vor der Ehe und dadurch belastet sind und Schaden nehmen und das nicht gut ist für die spätere Sexualität in der Ehe, so ist es dann eben auch ganz oft bei Paaren, die vorher, vor ihrer Ehe Sex hatten und dann geheiratet haben, die haben nachher dann Probleme in ihrem Sexleben. Weil einfach meistens es so ist, dass es hat mit Sünde zu tun. Und oft ist es so, der eine will es vielleicht mehr und der andere gibt einfach nur nach. Oder man geht so lange in diese Versuchungssituation hinein, bis dann beide es eben nicht mehr aushalten. Aber es ist meistens so, dass irgendeinem dann was hängen bleibt, was negativ ist. Negative Erfahrungen, die belasten dann das Sexualleben. Und das Sexualleben ist für die Ehe wirklich, es ist viel mehr als nur dieser, ja, wir sind in diesem Kreislauf von sexuellem Verlangen und Befriedigung und nebenbei regelt Gott noch die Fortpflanzung. Hier geht es um viel mehr. Und man kann auch sagen, Sexualität, das ist die intimste Form der Kommunikation in der Ehe. Und Ehe ist Kommunikation, es geht um Kommunikation. Und wenn das belastet ist durch Sünde, denn Sex vor der Ehe ist Sünde, dann braucht es manchmal Jahre und Buße und Vergebung, um das wieder gut zu machen. Und oft bleiben lange Probleme da. Also sollte man nicht denken, ach, das ist alles nur körperlich. Es ist nicht nur körperlich. Jetzt bin ich irgendwo mit meiner Verlobten. Wir chillen irgendwo, keine Ahnung, schauen einen Film oder sonst irgendwas. Und was mache ich jetzt in diesen Situationen, wo vielleicht die Versuchung da ist oder Versuchung groß werden könnte? Wie soll ich da reagieren? Wie soll ich mich am besten verhalten? Also, wie kann man sich reinhalten? Wie kann man die Beziehung reinhalten? Wie kann man die Beziehung in Reinheit führen? Und dass man sich füreinander aufspart. Und einfach wirklich, das Erste ist eben, dass man weiß, Gott will uns unheimlich segnen. Es ist ein Segenskanal Gottes. Und wir wollen die Erfüllung, wir wollen den Segen. Und dass man das als Motivation hat zu warten. Das andere ist, ich muss mir immer bewusst sein, ich trage ja Verantwortung für den anderen. Und ich kann unheimlich großen Schaden anrichten beim anderen. Und diese Schuld muss ich dann tragen. Und das sind eben Sachen im sexuellen Bereich, die nicht einfach mal so weg sind. Die bleiben oft länger. Also ein Beispiel ist, dass dann ein Paar geheiratet hat und einer von beiden, meistens vielleicht, die Frau hat nie einen Höhepunkt, kann keinen Höhepunkt haben. Und alle fragen sich, warum, was ist los und so. Das kann zum Beispiel passieren. Das ist für die Frau nicht schön, aber für den Mann auch nicht, dass er seine Frau nicht befriedigen kann. Also das ist, ich trage Verantwortung für den anderen. Ich muss mir einfach dessen bewusst sein. Aber wenn ich jetzt ganz praktisch werden will, gibt es ja viele Ratschläge. Ich sage jungen Paaren immer, Leute, macht Folgendes. Du, Mann, hast die Verantwortung. Du hast die Leitung. Auch schon bevor du verheiratet bist. Du musst Regeln aufstellen, nachdem ihr lebt. Regeln, die Sinn machen. Wo ihr jetzt sagt, da klappt das, was weiß ich. Nach um zehn gehen wir auseinander. Oder ab um acht sind wir nicht mehr allein im Zimmer irgendwo. Oder wenn wir zusammenkommen, dann fangen wir mit Gebet an und hören mit Gebet auf. Also es gibt alle möglichen Regeln, die man sich aufstellen kann. Also du, Mann, trägst die Verantwortung, stell die Regeln auf. Und du, Frau, sei dir dessen bewusst, der Mann ist viel zu schwach, die Regeln einzuhalten. Aber du bist seine Gehilfe, auch vorher schon. Also hilf ihn, diese Regeln einzuhalten. Und wenn das beide machen und vor allen Dingen ihr geistliches Leben miteinander pflegen von Anfang an. Und das ist das, was ich allen immer sage. Fangt sofort an zu beten miteinander und Bibel lesen. Und wenn ihr das pflegt und euch die Regeln aufstellt, halt für euch, der eine sagt, wir können Händchen halten und der nächste nein. Und der nächste, wir können uns küssen und der nächste, nee, das machen wir nicht. Wir umarmen uns, wenn wir uns treffen, aber dann eben nicht mehr. Stellt euch eure Regeln auf, die gut für euch sind. Und Frau, bitte hilft, dass ihr die dann auch reinhaltet. Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Die ist mir mit meiner Verlobten bei der Ehevorbereitung gekommen. Und zwar, wie weit ist zu weit? Wie weit ist zu weit? Das hängt von der Frage ab, was ist Sexualität? Oder ab wann beginnt Sexualität? Sexualität beginnt ab dem Moment, wo ich sexuelle Befriedigung bekomme. Ein Mann bekommt sexuelle Befriedigung schon durch die Augen, nur durchs Sehen. Deshalb soll er ja nicht überall hinsehen. Und wenn ich mein Begrüßungsküßchen gebe, ist sicherlich jetzt noch nicht zu weit, aber ein Küßchen kann halt schnell zu mehr werden. Und auch da kommt nicht nur, dass es mich mehr anregt, dass ich mehr sexuelles Verlangen bekomme, sondern es ist auch schon eine Befriedigung meines sexuellen Verlangens. Also Sexualität ist nicht erst, wir haben jetzt wirklich miteinander Geschlechtsverkehr gehabt, sondern es geht um, wann beginnt meine sexuelle Befriedigung. Und das ist Sexualität und das gehört in die Ehe. Ja, ein sehr, sehr cooler Schlusssatz. Vielen Dank, Ludwig. Danke, dass ich mich mit dir unterhalten durfte, gerade über das Thema Sexualität oder Sex vor der Ehe. Warum ist es gefährlich? Gerade dieses Bild mit dem Segenskanal Gottes, den er uns durch die Sexualität schenkt, fand ich irgendwie ziemlich cool. Josia ist ein Netzwerk für Jugendliche. Wir versuchen, aus verschiedenen Gemeinden im deutschsprachigen Raum Jugendliche zusammenzubringen und dadurch das Evangelium von Gott und von seiner Gnade zu verbreiten. Das ist unser Anliegen. Das machen wir durch eine jährliche Konferenz, die wir veranstalten, durch unseren Blog, durch den Podcast und durch andere Dinge. Wenn du mehr über unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du gerne nachschauen auf josia.org. Wir freuen uns, dass du bei dieser Folge dabei warst und dass du vielleicht auch mal bei uns vorbeischaust.